Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe NHL 17 Ultimate Team, wo wir heute die Chance haben, den Division 11 Titel klar zu machen. Im letzten Spiel gab es ja dann doch einen ganz passablen Erfolg gegen die Detroit Red Wings, nachdem wir davor verloren haben. Jetzt haben wir wieder Sparta Prag als Gegner. Gegen die haben wir glaube ich schon mal gespielt. Ich glaube die Folge hieß Tschechen klatschen oder so, mit Jaromir Jager. Der hat die glaube ich alleine zerlegt. Mal gespannt, dann müsste jetzt bestimmt wieder All Pro kommen als Schwierigkeitsgrad oder All Star. Jawohl, schlechteres Team, heute automatisch wieder All Star. Dann können wir jetzt quasi die Niederlage vergessen machen, vom vorletzten Mal. War ja auch gegen ein schlechteres Team. Aber eben auf All Pro. Oh, auf die Arena gehen wir jetzt mal ein Feuchten. Das ist mein Camper. Tonight ein great game. Oh, we'll keep you on the edge of your seat. We have to go on our contest. Ne. Auf jeden Fall wieder die große Halle. Hoffen wir mal, dass wir jetzt heute hier etwas besser schieben, weil die haben eben so viel Platz hier. Das gibt's ja gar nicht. No, den hatte ich glaube ich. Barrinka. Ach Weber, was machst du denn, Mann? Oh, Johnson. Ja, auch doch, Mann. Oh, ganz gute Gelegenheit für die Tschechien, aber... Boah alter. Oh jetzt Scheifele. Ach man. So wichtig ist dass ich jemand frühes Tor mache. Johnson. Miller. Ja komm geh bloß wieder nicht hier auf meine Seite. Warum auch. Gute gute Gelegenheit. Ich ahne schon wieder dass das so wird wie beim vorletzten ja. Ja. Oh jetzt wakon pull wird. Nein. Nein. Alter. Zwei Leute kriegen nicht den Puck. Das gibt's doch nicht. Lange will der herr pull wird eigentlich draußen bleiben. Ich glaube ich hatte jetzt in zehn Minuten zwei rein erst. Oh jetzt Smith kommt. Oh jetzt Smith kommt. Kulliano. Oh das gibt's nicht ey. Das geht schon wieder genauso los. Popole. Popole. Wir spielen schon wieder 14 Minuten und uns gelingt wieder gar nichts. Ich bin froh sein dass die nicht schießen bringt. Ja starker Schuss. Absolut stark. Romover. Pop kicked. Little pass. That can start some progress ahead. Mashed in. Gris. Pop to play. So he does. Trying to go to marlow. Not right off the stick. Shoot one. Good pad save. Mann. Oh jetzt komm. Carries it toward the woodwork. Ja, super. Wenn man so Spiele hat, die so Moves nicht beherrschen, der Pupp dann direkt wieder weg ist. Prübel. Läuft mal dezent in Subseites. Mich nervt das gerade, ey. Ich hab echt wieder Schiss, dass ich wieder verliere. Eigentlich müsste ich hier die mal so 8-0 aus der Halle klatschen, damit man sieht, dass es jetzt mal echt einfach nur doof gelaufen ist. Alter Johnson, willst du mich verarschen? Du hast 85er Werfel und kriegst den Pupp nicht kontrolliert. Der schießt gegen den Pfosten. Der schießt gegen den Pfosten. Ich seh's schon, komm, jetzt machen die noch einen Konter hier. Na gut, das sollte sich erledigt schon jetzt. Aber ich schieße einfach gegen diese Krüppel-Teams. Boah. Keine Tore. Was haben wir denn? 4 zu 5. 54% Passquote, die anderen 81. Ich bin deutlich unterlegen, würde ich mal fast brauchen. Ich bin deutlich unterlegen, dass ich mich so gut verletzt habe. Ich bin heute früh. So, jetzt Shea Weaver. Auf Jahrum ihr Jager. Jawoll, Powerplay. Das kommt nicht ungünstig. Warum halten diese Torhüter das? Oh, hier sind so NHL-Goalies, die lassen sowas durch. Leute, wir haben Power-Play. Nur mal so als Info. So, jetzt. Komm, jetzt die Bestrafung, wenn wir so ein Offensivfeuerwerk abliefern. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht. Nein. War sehr schön, als ich es mal wieder voll in die Hose gegangen. Ich gehe mir auf den Sack mit dem Pop-U-Dom-Ober-Glück gehabt jetzt. Ja. Leck. Offside is called, somebody got over-anxious there. A little under 4 minutes play. Nothing up on the score sheet, yeah. Moved along and in. Now the Pop round it up by Shea Weber. Wo geht dieser Scheiß Pass denn hin, Mann? Alter, ey. So ein Mischung aus Lundquist und Price im Tor, oder was? Scheint, die sind die da. Sie haben nur irgendwie ein Trikot und einen Helm angezogen. Von Prag hier. Ja, super, genau. Weber kann keinen Pass auf wie viele Meter das waren spielen. Viel war es auf jeden Fall nicht. Kann mich gar nicht mal drüber freuen, wenn ich gleich es 1-0 machen sollte. Das ist einfach scheiße, wie ich hier spiele. Ja. Würde sich mal bitte einer hier freilaufen? Ach komm. Ach komm. Boah, Greis hat ihn, ganz knapp. Boah, jetzt Coliano, komm, 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 komm. Ja, er ist schon wieder zu. Girardi. Ja, genau. Packt er wieder hier seine Skills aus. Wie er auf YouTube gelernt hat. Ich weiß genau, wenn dies 1-0 machen, verliere ich wieder. Alter. Aber jetzt stellen wir mal den Offensivdrucken bis zum Unten. Full steam up the wing. Loose Buck taken by Dan Girardi. Locked out of the defensive zone. Directing that one to Cogliano. Ja, genau. Das gibt's nicht, ey. Wollt ihr mich verarschen? Was sind das für Goalies? Alter, ich hab World Cup of Hockey of Superstar gewonnen. Und hier komm ich gegen Prag nicht zurecht, oder was? Moves behind the neck. Thinking attack here. That shot came from right in front. Moving it to vodka. Looking to head man up the wing. And this play is whistled down. It is offside. Cool, genau. They've got the draw. Nicely into the zone. Oh, komm sonst hin. Alter, willst du mich verarschen? Ja. Oh, Alter, was für ein Schuss. Willst du mal ein Highlight-Video oder so? This is going to stop that puck all night long. It's not a difficult shot, but it's his positioning that makes it look so easy. Ja, genau, Carlton. Los, Simboli. Das ist das Beste, was du tun kannst hier. Alter. So, jetzt kommt Tobi Rieder. Du hast mir schon so viele Gefallen getan. Es wird mal wieder Zeit für 9. Ja, so aber nicht. Man, 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 man. Das geht mir echt auf die Nerven hier. So, 10 zu 12. 62%. Jetzt muss hier was passieren. Ich weiß nämlich genau, wenn jetzt hier wieder nichts passiert, dass ich dann auf jeden Fall in der Overtime verliere. Wobei, das ist mir egal eigentlich, aber ich will gegen so ein Gammel-Team hier nicht schon wieder verlieren. So, jetzt komm, Shea Weber, du bist der beste Spieler, den ich hab. Alter. Ey, wollt ihr mich veräppeln? Gegen jeden Fröbel-Goalie. Klappt das? Boah. Schnauz voll hier. Oh, super Johnson. Das gibt's nicht, ey. Ist das gerade ein Running Gag oder so, versteckte Kamera? Gag-Goalie vielleicht hier ein 93er Wert oder so? So, Safin. Take it over now by Smith. Trying to go to vodka. Alter. Wieso kann die Seriote denn den Punkt nicht kontrollieren? Nein. Warum? Warum? Passing one off now to Smith. Pass attempt to vodka. Slide it to the point to Smith. Ja, schön, wieder vorbei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Jetzt haben wir mal hier einen Oberaffen-Zahn drauf. Boah, Tobi-Rida. Leute, das schafft mich. Ich werde meine NHL-Karriere beenden. Das gibt's doch gar nicht. Nein, mein Star Wars-Typ. Und wenn ich zum Schuss komme, dann hält dieser... ...übertrieben starke Torwart. So, Tobi-Rida, komm. Er spielt die Zone. Ein Schuss, er verletzt. Ein Schuss, er verletzt. Ein Schuss, er verletzt. Ein Schuss, er verletzt. Das gibt's doch nicht. Alter, er wollte mich verletzen. Mann. Weg, rück, prübel, oder wie man immer heißt. Ich weiß genau, wenn's jetzt klingelt, dann war's das wieder. Dann treff ich wieder nicht. So, Colliano, komm, 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 komm. Ich lauf jetzt. Mann. Warum? Warum? Warum nimmt er den an? Warum schießt er denn nicht direkt? Oh Mann, ey. Alter, ich hab hier einen Shea Webber, er kriegt's nicht hin, den da weg zu checken. Das ist echt so gleich, das Spiel. Wie das vorletzte. Nur, dass der Torhüter noch krasser ist. So. Ja, super, Shea Webber. Man merkt echt, dass du 88 Punkte hast. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn. Alter. Jetzt gibt er Abseits. Jetzt gibt er Abseits. Das ist nicht wahr. Vielleicht sollte ich jetzt einfach auf Nummer sicher gehen. So, Miller. Marlow. Girardi. Girardi. So, komm, jetzt machen sie wahrscheinlich wieder das Drextor, ey. Ich seh's schon kommen. Mann, 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 Mann. Natürlich verliere ich das Bulli. Oh, Pulli. Ey, der hat keine Sicht und hält ihn. Der hat keine Sicht. Ja, komm, ey, ich verlier's wieder. Ach basically. Ja. Naja, wenigstens ein Aufstieg geschafft. Souverän. würde ich mal behaupten was haben wir denn 19 zu 14 Schüsse ich schaff's nicht in der regulären Spielzeit oh jetzt haben wir aber 3 gegen 3 ernsthaft das war's jetzt ey, da könntest du auspflücken ich will's gar nicht sehen ich krieg hier fast nur so viele Punkte wie wenn ich verliere genau 2000 Münzen erhalten yeah, Aufstieg und Division Titel lächerlich ey Pöpperle, eindeutig aber Greis wenigstens noch oh stimmt, ich hab mal ein Shutout wieder gefeiert das gibt's ja gar nicht los raus hier Leute, wir haben's geschafft wir stehen in Division 10 aber das ist auch wieder sehr sehr fraglich meiner Meinung nach also die Torhüter, die sind schon irgendwie sehr 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 speziell also wenn euch das Video gefallen hat lasst mir einen Daumen nach oben da würde ich mich sehr freuen ich bin an dieser Stelle wieder raus lasst es euch gut gehen bis zum nächsten Mal und ciao und ciao und ciao und ciao